Ich versuche eigentlich mit allem, was ich mache, immer so ein bisschen zu beweisen, dass Genre-Grenzen eigentlich gar nicht so richtig existieren. Mir ist es auch wichtig, dass man anderen nicht ein Genre zuordnen kann, nicht in irgendeine Schublade reinpacken und sagen, das war's jetzt, weil man es sich da oft zu einfach macht. Tatsächlich stand es eine Zeit lang zur Debatte, dass Andere ein Max-Rieger-Soloalbum wird. Das war, glaube ich, so im ersten Jahr der Entstehung war das irgendwie so eine Entscheidung, die ich für mich getroffen hatte, weil ich was anderes machen wollte, weil es sich auch abheben sollte von dem, was ich bisher gemacht habe und hatte dann aber irgendwann so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, Moment bei allen Künstlern oder Künstlerinnen oder Bands, die in ihrer Diskographie irgendwas anders oder neu gemacht haben. Da war es vor allem deswegen so spannend zu beobachten, weil man das immer in den Kontext setzen konnte. Also ein gutes Beispiel ist Tame Impala. Als der mit Currents um die Ecke kam, da sind ja auch ganz viele Leute ausgestiegen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, Kevin Parker hätte es als Kevin-Parker-Soloalbum rausgebracht, dann wären alle gewesen, ja okay, klar, jetzt macht er irgendwie was anderes und das nächste wird wieder ein Psychedelic-Rock-Album, das nächste Tame Impala-Album. Aber das Spannende an Currents ist ja gerade, dass man es im Kontext der bisherigen Diskographie betrachten muss. Und sowas finde ich auch spannend für andere. Erfolgreiche Live sticht schon sehr raus. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt, als der rauskam, wenn ich ehrlich bin. Ich finde ihn nicht ironisch, der ist auch nicht ironisch gemeint oder so. Er macht aber erst im Album-Kontext so richtig Sinn. Ich kann mich erinnern, ich habe blind Stella Sommer vorgespielt und dann kam diese Zeile, wieso klingt alles aus meinem Mund so unvorstellbar dumm und dann war sie so, endlich sagt es mal jemand. Und ja, ich finde, mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ich glaube, jeder und jede kennt dieses Gefühl, aber wenige sagen es vielleicht. Ich finde, Selbstkritik ist keine schlechte Charaktereigenschaft. Blind ist aber auch ein Song über einen spezifischen Moment. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Welt gehe und sage, oh Gott, was habe ich schon wieder hier gesagt und oh Gott, was habe ich schon wieder hier geredet. Sondern es beschreibt ja einen Zustand, der hoffentlich nicht immer da ist. Ich bin blind für die Dinge, die sind, für die Dinge, die waren. Was war, ist mir egal. Ich stehe auf, ich lege mich hin. Ich glaube, die Grundstimmung ist einfach die Art, wie ich Musik mache und dann kommt dazu, dass es auch nur so ein paar Ranges gibt, auf denen meine Stimme funktioniert und das schränkt natürlich erstmal grundsätzlich alles ein. Und dann gibt es so ein paar Akkordfolgen und ein paar Melodiebögen, die mich einfach nicht loslassen und an denen ich mich nicht genug abarbeiten kann. Einfach weil die mich immer und immer wieder aufs Neue total abholen. Also ich kann keine Noten lesen, ich habe keine musikalische Ausbildung, ich kann nicht sonderlich viel variieren. Ich habe immer bloß als einzige Qualitätsinstanz, ob mich es emotional berührt. Dadurch, dass man die Songs so lange mit sich rumträgt und dass ich eben die einzige Instanz bin, die so richtig darüber entscheiden kann, was jetzt gut ist und was nicht, setzt halt so einen Reflektionskreislauf in Gang, der irgendwann nicht mehr aufhört. Und es wird irgendwann sehr, sehr unangenehm. Also weil man dann anfängt, Entscheidungen zu hinterfragen, die eigentlich schon vor Jahren getroffen worden sind. Irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich zwar nicht, ich war zwar nicht zufrieden mit dem Album, aber ich hatte alles so durchgekaut und so durchgedacht, dass ich wusste, es wird nicht mehr besser, auf gar keinen Fall wird es besser. Und dann habe ich es fertig gemacht und das ist die Selbstdekonstruktion. Gib mir das Gift. Gib mir das Gift. Gib mir das Gift. Was soll ich damit? Was aus der Tiefe aus mir spricht? Das hier war niemals ich. Ich bin auf jeden Fall mehr mit mir im Reinen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich es so schmerzhaft finde, mir das anzuhören, weil ich eben so wenig mit mir im Reinen war. Es hat aber auf jeden Fall auch was Reinigendes. Das so in Musik zu pressen und dann in Albumen und das dann so in die Welt rauszulassen. So ein Paket zu schnüren und das zu verschicken und sagen, nicht mehr mein Problem. Das ist jetzt euer Problem. Naja. So ein Paket zu schnüren und dasあれ gibt es nicht mehr auf einer gehabt. So ein Paket zu schnüren und das moonlight schnüren. So ein Paket zu schnüren und das 맞 hey, kann ich selbst Library in interf tug uns schnüren. So ein Paket zu nüren und ich Idee. So ein Paket zu settlers York hat.